Hallo hier ist euer Murdoch von Murdochs Minecraft Welten. Ab heute läuft mein neuer Server von Minecraft. Ich habe mich entschieden den wieder auf einen eigenen Server laufen zu lassen. Der Server wird 24 Stunden sieben Tage die Woche laufen. Habe Feed the Beast installiert und ein Modpack von denen. Ja habe ich auch schon ein bisschen was vorgebaut damit man noch so ein paar Sachen drin aufstellen kann. Zum Beispiel paar Regeln damit wir nicht ganz Server lastig bauen damit es keine keine Ärger auf dem Server gibt und all solche kleinen Sachen. Kann ich euch ja mal zeigen. Habe hier gleich als erstes für die Verzauberung ein paar Zaubertischrotten aufgestellt. Dann Begrüßungstext für den Server und ein paar Regeln. Dann wie viele Tesseractes man bauen darf damit der Server halt nicht komplett kopflastig wird. Wie groß Eisentanks aufgebaut werden. Der hat jetzt hier 2 Millionen Liter. Wie groß die Query aufgestellt wird. Also sprich der Steinbruch. Das Portal. Hier ein paar Regelwerk zu mitnehmen, damit man sich die in Ruhe durchlesen kann. Ja. Ist halt noch nicht ganz fertig. Kommen noch ein paar Sachen dazu. Immer mit der Zeit, weil da ich ja auch berufstätig bin, muss ich zusehen, dass ich das irgendwie immer planmäßig ein bisschen hinbekomme. Hier oben habe ich schon mein kleines Häuschen aufgebaut. Weil ich habe ja hier schon ein bisschen gespielt. Versuchsweise, um auch zu sehen, ob alles vernünftig läuft. Es läuft alles vernünftig. Ich habe hier keine Probleme gehabt. Ab und zu hat man kleine Lecks, wo die Erde ein bisschen, wo man durchgucken kann. Was aber halt nicht so schlimm ist. Passiert halt mal. Aber dafür läuft alles. Ja. Es gibt hier ein paar neue Rohstoffe mit dazu. Ja, ansonsten war ich schon fleißig. Hier unten ist mein Minenschacht. Und ja, wie gesagt. habe ich viel zu bist installiert. Mit Modpack. Beschreibung findet man auf der Homepage bei mir. Homepage wird in der Beschreibung drin stehen. Der Link dazu. Teamspeak wird mit drin stehen. Der Link. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, ein paar Mitspieler dazu zu bekommen, damit wir hier zusammen spielen können. Wird mich freuen, Bewerbungen zu bekommen. Die gehen direkt auf mein Handy. Also werde ich auch, wenn ich Berufs bearbeiten bin, die beantworten können. Was gut wäre, ist nicht nur einfach reinschreiben in die Bewerbung. Hi, schalt mich mal frei, damit ich mitspielen kann. Wichtig ist, Alter muss mit drin stehen. Und auf alle Fälle Original spielen müsst ihr haben. Weil über Feed the Beast nicht mit einer freien, also geklonten Minecraft Version zu spielen geht. Wird mich freuen, also von euch zu hören. Und ja, dann würde ich mal sagen, hören wir uns, sehen wir uns. Ich freue mich auf Bewerbung. Und ja, gibt viel zu tun. Ich habe auch ein großes Projekt vor. Was hier drauf ist, ist noch das Mod mit Zügen. Also es könnte vielleicht auch sein, dass ich sage, komm, wir bauen als Großprojekt alle zusammen einen Bahnhof, eine Bahnstrecke, Rangierbahnhof. Würde mich freuen, von euch zu hören. Gut, wiederholen mich. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich freue mich auf Witzspieler. Bis denn, euer Murdoch.